Und damit Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio. Ich freue mich natürlich, dass du wieder da bist zu einer weiteren Folge. OMSI 2, schön, dass du wieder da bist. Wir sind ja immer noch auf der Karte Projektstätin in der Version 4.0.1 unterwegs. Heute mit dem Solaris der dritten Generation, allerdings als Elektrobus. Den hatten wir schon mal gesehen in der BVG-Variante. Jetzt haben wir hier, glaube ich, eine spanische Version. Okay, naja, warum nicht? Passt ja so ein bisschen farblich hier zu der Karte. Kann man wahrscheinlich dazu nicht sagen. Wir werden uns das Ganze, wie gesagt, jetzt heute hier mal anschauen auf der Linie 57. Wollen wir mal ganz kurz gucken. 59 sind wir. Und hier sehen wir schon, das hat sich ja schon ein bisschen... Oh, wir haben hier nicht mal ein Ticketverkauf drin. Das ist ja natürlich widerlich. Ja, okay, müssen wir uns wohl heute hier mal so ein bisschen umstellen, würde ich sagen. So, hier haben wir zumindest schon mal hier die ganzen mit den Linien. Äh, jetzt würde ich mal ganz kurz rücken. Kirkung, Linie, alles klar. Dann haben wir hier die 0,59. 0,59. Und was haben wir hier? Äh, gib mir mal die 2. Okay, das ist zwar falsch scheinbar, oder? Äh, äh... Die gibt mir hier die 2. So. Genau. Nein, wir müssen aber, wir fahren umgedreht. Alles klar. Dann brauchen wir die 1. Genau, so passt das Ganze. Ja, wird natürlich interessant, wie wir jetzt hier ein Ticket verkaufen sollen. So, Elektriksystem ist bereit. Weil wir haben hier nicht mal irgendwie ansatzweise was. Dann muss ich leider mal ihn, weil gerade hier in der Karte verkaufen die ja nun... Obwohl, wir machen gerade mal über die Taste. Das passt schon irgendwie. Gehen wir hier schon irgendwie hin. So, alles klar. So. Licht an. Heizung an. So. Perfekt. Passt. Gut. Muss mal gleich noch was gucken. Nicht, dass es da wieder gleich Probleme gibt. Äh... Kollision deaktivieren. Sicher ist sicher. Oh, warte mal. Ich muss mal hier was, äh, was machen. Und zwar muss ich die vordere Tür sperren. Ah ja. Genau. Perfekt. So, dann haben wir das Ganze jetzt auch hier eingestellt. Das bringt natürlich nichts, wenn die hier reinlaufen. Wir müssten ja sonst hier irgendwie durch. Das bringt nicht so viel. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Jetzt haben wir hier noch ein paar Minütchen, die wir jetzt hier kurz noch aushalten müssen. Es regnet mal wieder hier in Polen. So in Stettin. Natürlich nicht so schön, aber so ist es. Wir sehen halt, ne? Batterie. Ja, drei Viertel voll. Also sollten eigentlich diese Fahrt hier ohne Schwierigkeiten schaffen. Türen gehen zu. Perfekt. So. So. Alles klar. Na denn. Auf geht's. Ich fahre hier eigentlich auch voll gerne hier den Elektrobus. Keine Einer mit. Alles klar. Dann fahre wir weiter. Das war unsere Heizung. Warum? Sie braucht sehr lange, bis sie angeht. Ich vermisse gerade die Ansagen. Haben wir keine Ansagen hier? Ja, es war ja falsch repaid gewesen, was wir genommen haben. Oh, ja. Das ist natürlich ganz schön, wenn die da durchlaufen. Macht das natürlich richtig Sinn, diese Tür. So, Bahnübergang. Guck mal. Ah ja, so. So. Ich muss die Bandel schalten hier. Ich muss die Bandel schalten hier. Wollen die alle mit? Nee. Wo sollen die denn alle hin? Ich stehe ja bis morgen noch hier. Hallo. Ja, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. 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 alles klar aber jetzt ein fullbus wir werden es übrigens auch wieder so machen dass wir wieder tagsüber spielen ich glaube das hat am meisten spaß gemacht weil man auch tatsächlich ein bisschen mehr von der karte sieht und wir halt auch deutlich mehr umläufe zur verfügung haben um euch denn tun geben zu können halt ich glaube macht das ist sinnvoller wenn wir das jetzt zukünftig immer so machen dass wir dann die uhrzeiten einfach auf zwölf stunden vorstellen so dass du wahrscheinlich bist hallo ja ich will aber sagen was haut hier mit dem fahrpläne ich habe jetzt zwei minute frühe zeit ja also eine minute verfrühung und der kollege steht schon da das ist ein bisschen nicht so geil juhu juhu Tja, 18 Grad im Bus. Następny przystanek Bogumińska na Żądanie. Tja, 18 Grad im Bus. 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 Następny przystanek Komuny Paryskiej. Tja, 18 Grad im Bus. 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 Das ist gut, wir haben hier den Dicken. Untertitelung des ZDF, 2020 So haben wir das auch schon wieder wie gesagt an sich aber wirklich eine tolle karte ja gut gebaut wie gesagt wirklich performance arm wie gesagt am zimmer hat diese mini ruckler drin ist natürlich jetzt nicht so detailreich jetzt gebaut so wie man es jetzt von anderen karten kennt fahrplan ein bisschen zu einfach tatsächlich dass man jetzt hier eigentlich nicht groß irgendwie in schwierigkeiten kommt mehr gibt es an der karte nicht zu sagen wie gesagt beinhaltet irgendwie so um die acht oder neun linien also eigentlich der ideale kandidat hat für eine leitstellenfahrt wenn alles klappt wieder so ab 19 30 20 uhr dann geht es wieder los und denn halt wieder klar erstmal bis 24 uhr vier stunden und je nachdem wie die lust und laune noch da ist verlängern wir das ganze denn noch mal aber jetzt in der letzten zeit war es dann halt doch schon dass sie kaum erfahrer mitgefahren sind und gerade jetzt wahrscheinlich bei solch einer karte hier wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig die leute hier mit an bord zu holen das ist mal kein hamburg ist mal kein x10 und wir wissen alle dass alle nur x10 und hamburg fahren wollen aber es muss da auch andere karten das ist halt mal so eine schwierige sache klar wie gesagt wenn es nach mir gegangen wäre wäre ich auch wieder in spanndau gefahren oder sowas ja das wäre mir auch wurscht aber nö so ist schon ein bisschen warm hier drin ja das hätte auch ein bisschen stärker gehen können aber ich staune ja die kommen gar kein ticket hier ja ich habe es jetzt auf einfach drin gelassen halt ich hätte noch ein ticket verkaufen können aber wollten sie mich da kam noch ein mieser hinterher das ist natürlich fies ich glaube wir sind bei der anderen sind wir gerade das weiter gefahren also scheint schon ein bisschen breitflächiger zu sein alles sieht man denn spätestens mal einstellen fand ich wie groß die karte wieder ist aber stehen bleiben müssen aber wir reden von der omsi ki da kannst du manchmal stunden entstehen genauso wie immer an jeder rote ampel man rote ampel sind so anstrengend so 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 Aber es ist ja schön, du hast extrem viel Zeit, also da kannst du ruhig mal kurz malen. Da kam der Postbote, schnell, schauen wir mal die Ampel noch, schnell, 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 so lahm arsch ich hier nicht hier. Ich möchte den Tag erleben, wo ich einmal ohne irgendwas klingelt oder sonst irgendwas aufnehmen kann. Das wäre fantastisch, das würde ich mega feiern. Wir sind aber auch schon an der Haltestelle, passt ja, Endhaltestelle. So, Straßenbahn, ja wie gesagt, schienen sich auch ein paar, ich weiß gar nicht, ob man die Straßenbahn fahren kann. In Stettin, also jetzt auf der Karte Omsi, jetzt auf der Omsi-Karte, ja, wahrscheinlich wird es in echten Stettin, gibt es bestimmte Straßenbahnen. Ja, und dann haben wir also die Linie 59. Also auch abgeschlossen, ihr seht, es geht halt, ja, es sind keine lange Linien. Ich suche jetzt natürlich auch immer jetzt so ein bisschen kürzere Linien, jetzt durch die längste, die es jetzt hier gibt. Das sind schon mal so Linien, die für mich so in Frage kommen. Die ist doch eigentlich ganz, ganz okay hier. Wo steht der Kollege da jetzt im Weg? Muss ich mir jetzt nicht hier entstehen? Alles klar, angekommen am Ziel, alles perfekt, Leute. Ja, das war also die Linie 59 hier aus Stettin. Die Berichterstattung ist hiermit beendet. Alles im grünen Bereich, keine Menge aufzuweisen hier. Muss natürlich großartig im Elektrosolaris. So, in der nächsten Folge schauen wir uns natürlich nochmal das Ganze an, in einer anderen Linie und natürlich mit einem anderen Solaris. Also, wenn ihr nicht genug von Solaris bekommen könnt, unbedingt beim nächsten Mal wieder einschalten. Würde ich mich freuen. Ich verabschiede mich, bedanke mich, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann sin Wisch. Tschüss. Tschüss. Bist vorabschied.